hallo und herzlich willkommen und zwar im morgen kommt das neue mickey mouse raus am freitag da bin ich aber den ganzen tag bis 19 uhr unterwegs da wird dann kein video rauskommen am samstag wird auch ein bisschen problematisch aber daher habe ich jetzt auch eine gute nachricht ich habe 20 daxler boosters geöffnet kein video davon gemacht weil es einfach ewig gedauert hat und hätte und ja fange ich doch mal an mit der sammelmappe was ich bisher alles habe also erste seite man sieht ich habe mir den ganzen ich habe mir noch mal 20 puster bestellt ist nun noch nicht komplett mit irgendwie 50 karten von mir die bösewichte an habe ich hier schon fast alles phantom habe ich gezogen hier fehlen mir noch die knacker knaben hier habe ich dann kommen wir zum brütteln hier einmal habe ich alle brütteln teile und hier mit ihm noch die in der mitte und auf der anderen seite für mir ja noch drei vier stück die code sind übrigens schon allein ist dann jetzt ein glitzer da habe ich schon ein paar ich glaubte jetzt wenn ein fieses schweif habe ich doppelt dann die ki 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 die hier die hier limitierte karten und die oma dac panzer knack habe ich gezogen und franz ganz dann hier habe ich noch spielanleitungen ja das war es eigentlich schon vom video ich hoffe ich hätte es gefallen ich werde da auch kein video machen sondern werde nur ein mappen update raushauen und ja ciao